Der Hals weiß für Gerechtigkeit, der Rücken rot für Anstand, die Brust schwarz für Weisheit und die Füße sind gelb für Treue und Glaubwürdigkeit. Schön. Oh, zweimal. Ich dachte, es bleibt jetzt drin. Schade. Oh, er soll um die tausend Jahre alt sein. Scheinbar. Oder? Habe ich das richtig verstanden jetzt? Der Ede-Vogel? Und soll nur von den Besten sein. Ja, genau. Außerdem ist er das Symbol der Barmherzigkeit. Ah, im Gegensatz zum griechischen Phönix ging der Feng Huang nicht in Flammen auf, um sich zu erneuern. Seine Fortpflanzung ähnelte der normaler Vögel. Das ist ja langweilig. Ach komm, dann sette ich jetzt einfach mal den Surfer ein. Ich spüre dich jetzt davon. Du Symbol der Barmherzigkeit. Bleib doch mal barmherzig mäßig in meinem Pokéball. Gibt's doch nicht. Oh, tatsächlich ist die japanische Bezeichnung in den Romaji-Zeichen ist tatsächlich Ho-Oh. Das ist, äh, also direkt japanisch jetzt. Auch ganz interessant. Oh, das Ding bleibt einfach nicht drin. Ich muss meinen Molchi wieder heilen. So, jetzt haben wir ein paar Fakten über Ho-Oh ein bisschen gelernt. Das ist doch schön. Du bist nicht in Not genug, deswegen lässt er sich nicht fangen. Achso, aha, verstehe ich. Soll ich mir erstmal ein paar Beine abhacken oder so? Okay. Komm Molchi, Surfer! Mach doch mal was! Ho-Oh, ich bin dein bester Freund. Ich hab sogar eine Feder von dir. Die legendäre Bundschwinge. Alter! Ich dachte schon, der besiegt es jetzt! Oh Gott. Aber es war schon mal gut, Molchi. Das war sehr gut. Wir versuchen es mit einem Freundesball. Das fördert nämlich die Sympathie bei wilden Pokémon. Jawohl, komm Ho-Oh. Lass uns beste Freunde werden. Los geht's! Eins? Scheiße! Du musst den Ho-Oh-Fangtanz machen. Wie geht der? Wie sieht der denn aus? Mit seiner Feder auf dem Kopf, oder? Wie so ein Indianer. Dann so ein bisschen hier. Hey, guck dir das mal an! Das kann doch wohl nicht wahr sein! Mensch! Da krieg ich ja Milzschmerzen! Was? Jetzt bleibt doch mal drin! Gibt's doch nicht. 36 Superbälle noch. Das ist nichts mehr. Was soll ich machen? Superbälle los! So sieht der Tanz aus. Hä? Eine Krake? Ein japanisches Zeichen? Ist es das Zeichen für Liebe? Ich glaube. Und ein Mops, der klatscht? Das sieht komisch aus. Wie soll das aussehen? Surfer! Und dazu muss ich auf der Welle von Surfer reiten, oder? Mit Ho-Oh's Buntschwinge in der Hand. So sieht's aus. Nicht besiegen! Nicht besiegen! Nicht besiegen! Gottes Willen! Bist du des Wahnsinns! Danke, dass du Genießungen einsetzt. Was geht mit Mochi ab? Ich glaube, Mochi wird aggressiv. Gut, ist ja auch ein Weibchen. Alles klar. Schon wieder ein Volltreffer. Guck mal, hier. Das teilt nur noch Volltreffer aus. Das wird langsam sauer. Mensch, Mochi, beruhig dich mal ein bisschen hier, ja? Komm, nochmal ein bisschen Stärke hier rein. Aber bitte kein Volltreffer, ja? Einfach ganz normal angreifen. Dankeschön. Oh, der mit seiner Genesung, weißt du? Das geht mir schon auf den... Ach, das ist nicht wahr! Seine Genesung... Die schlägt mir aufs Gemüt. Du, das gibt's nicht. Ach. Ich glaube, wir müssen das tatsächlich gleich resetten. Ich schaff's nicht. Ich krieg's nicht. Ja, es befreit sich immer. Ich hätt halt noch einen Meisterball klonen sollen, ne? Wär dann schneller gegangen. Aber ich mach's halt eigentlich... Ich mach sowas nicht eigentlich. Ich fang die einfach so. Ach. Jetzt ist eh zu spät. Hab ja keine mehr. Oh, Mann. Wackel doch wenigstens dreimal. Was ist denn das? Surfer! Hau raus, die Scheiße! Dass ich selbst jetzt kaum Zuschauer hab, ne? Obwohl ich Pokémon spiele, ja? Schade eigentlich. Naja. Was auch immer. So, ähm... Ja, haben wir dir wieder schön was abgezogen. Superball! Los! Los, 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 los! Fuck. Ah, das gibt's doch nicht. Lorraine, mach doch mal was! Das... Oh, oh, bleib hier nicht drin. Ich muss gleich weinen. Tränke hab ich auch bald nicht mehr, weißt du? Hab ich keine normalen, nö. Oder weil du Pokémon spielst. Als ob. Ich spiel vielleicht einfach auch ein zu altes Pokémon. Ja, ich hab nur noch das... Ah, was... Ah, wie ärgerlich! Mann, äh... Scheiße! Ich hab mich echt nicht so gut aufgerüstet. Äh, ja. Hab schon den Ho-O-Fang-Tanz gemacht. Funktioniert nicht. Ja, weil ich wahrscheinlich ich machen muss. Ho-O-Ich! Äh, Molchi! Ich schlag dich! Boah! Besiege Ho-O nicht! Bitte! Ah, ah! Los! Superball! Bitte, tu doch mal was! Superball! Eins! Ach, Mann! No, nee, es wackelt nicht mal... Einmal! Es ist furchtbar! Es deprimiert mich zutiefst! Was soll ich nur tun? Ha! Ha, ha, ha! Ich muss es mit irgendwas ablenken. Hey, das gibt's doch nicht! Ich muss es mit irgendwas ablenken. Vielleicht lässt es sich dann fangen, wenn ich irgendwie einen Schuh nach ihm werfe oder so. Keine Ahnung. Ah, Hypertrank! Wo bist du hier? Oh, Mann! Das ist voll ätzend! Sarazak kann Ho-O eigentlich auch nur vergiften. Das bringt's nicht. Kann es übrigens nicht, weil es schon paralysiert ist. Jetzt hat's wieder volle KP, das Drecksding. Jetzt muss ich wieder Surfer einsetzen. Lorraine, setz du doch mal einen Superball ein! Vielleicht gehorcht es dir! Das gibt's doch gar nicht! Ho-O will nicht mein Freund sein! Manno! Böses Ho-O! Ho-O! Der Trauerschrei! Lorraine kann zwei Superbälle einsetzen. Ja, alles klar! Versteh schon! Versteh schon! Ich kann in dem Sinne auch zwei Superbälle einsetzen. Aber ich glaube, die bringen nicht viel. Und Ho-O ist, glaube ich, auch nicht männlich. Erst musst du dir was zu essen machen. Mach etwas mit für Ho-O! Oh, vielleicht lässt es sich dann fangen. Ähm... Superball! In dein Auge! Wäh! Ich fang dein Auge ein. Das ist eklig. Ho-O, lass uns doch Freunde sein! Hör auf mit dieser scheiß Genesung! Mann! Genese woanders hin! Aber nicht... In dich! Näh? Ja! Lass dich jetzt fangen! Tricks Ding! Eins! Fuck! Eins-Fuck! Zwei-Fuck! Drei-Fuck! Nochmal Genesung! Du hast nur ein KP verloren! Was ist los mit dir? Surfer! Ich krieg's nicht! Blblblblbl! Ho-O-Braten! Ja, ich brate das wirklich gleich, das Ding! Was ist los mit dem Teil? Ist halt scheiße, dass nicht mal die Paralyse hier was bringt, weißt du? Sonst wäre die Fangschuss höher, aber... Entwickler dumm! Aber dass das nicht aufgefallen ist, ganz ehrlich! Ist ja schon die dritte Edition! In Silber gab's den Fehler schon und in Gold! Und in Kristall immer noch! Dass das denen nicht aufgefallen ist! Wie dumm muss man denn sein? Entschuldigung! Was ist das denn? Ja, das kann doch nicht sein hier! Hyperball! Los! Hyperventiliere den Ball ein! Oh! Oh! Oi, oi, oi! Das war knapp, Lorraine! Das war knapp! Hast du das gesehen? Da kommt die Genesung raus! Das gibt's doch nicht! Aber ich hab zu wenig von den Hyperbällen! Leute! Was machen wir da? Kann mir mal jemand Hyperbälle auf den Turm werfen? Ich brauch welche! So nen ganzen Sack voll, so 30 Stück oder so! Das wär vielleicht gar nicht mal so übel! Oder ho-oh! Kannst du mir mal schnell welche kaufen gehen? Du bist schneller! Ich versuch's! Sieben Hyperbälle! Ich versuch's! Los, Hyperball! Spannung! Es hat sich natürlich befreit! Ist ja nicht anders zu erwarten gewesen! Mensch! Da wirst du ja dumm! Mensch, wo sind wir denn hier? Freundesball! Komm, hier noch einmal! Versuch ich, Freundschaft mit dir aufzubauen! Der sieht einfach aus wie der Hyperball! Zu doof! Ja, natürlich funktioniert es nicht! Ho-oh will nicht mein Freund sein! Es ist sehr furchtbar! Es ist ein sehr böses Ho-oh! Oh, es besiegt mein Moichy gleich! Hier ein Sack voll Bälle! Auch wenn das Tacos sind! Ach, Tacos, Bälle! So alles ein und selbe hier! Weißt du? Lugia, los! Vielleicht kannst du jetzt ein bisschen einschüchtern! Ihr zwei seid ja... Seid ihr zwei eigentlich Feinde oder Freunde? Weil Lugia hat auf dem Nachbarturm gewohnt! Seid ihr Feinde oder Freunde? Das weiß ich jetzt tatsächlich gar nicht wirklich! Bekriegen die sich oder nicht? Das ist jetzt eine sehr gute Frage! Auf jeden Fall sieht es episch aus! Lugia gegen Ho-oh! Ziemlich episch! Naja, keine Ahnung! Lugia schüchtert es einfach ein bisschen ein, ne? Ach komm! Dann gibst du nicht! Ho-oh ist paralysiert! Es geschieht dir recht! Lugia ernährt sich dabei von Überresten! Yummy! Super Ball! Du bist wieder dran! Eieiei! Ach komm, das wird nix! Was ist denn das? Das hat doch dieselbe Fangrate wie so ein scheiß Drecks Lugia, oder nicht? Das hat eine Fangrate von 3! Also das heißt 0,4 Prozent! Und Lugia? Auch 3! Also 0,4 Prozent! Also dieselbe Rate! Da, Digga, komm schon! Dann bleib doch mal drin, du Depp! Du Damischer! Das kann auch nicht wahr, da jetzt! Ah, du Drecksack! Du jetzt aber, jetzt, jetzt, weißt du jetzt, ich komm gleich rüber und batsch dir ein, du ich kann auch nicht wahr, da weiß er jetzt! Komm jetzt! Zack! Bleibst du da drin, oder was? Ey, das gibt's halt gar nicht! Es ist halt so... So richtig... Ja! Ja, ganz genau! Jetzt fängt der schon an mit Volltreffern! Ja, das gibt's doch nicht! Eins, zwei! Ach nee, das war ja wieder knapp! Aber dreimal? Nee, da ist das Ho-Oh wieder zu fein dafür! Mensch! Hält sich für was Besseres! Nee! Los jetzt! Das geht's nicht! Wackel, wenigstens dreimal, komm! Entweder gar nicht oder zweimal, weißt du, das ist schon ein bisschen... Hab gleich einmal eine Superbälle verpulvert! Wie viel hab ich denn für Lugia gebraucht? Auch so 10, 20 irgendwie, ne? 20, glaub maximal, irgendwie 15 rum oder so, 20, irgendwie sowas! Das Ho-Oh einfach so drecks... Drecksmäßig hartnäckig ist! Echt schlimm! Richtig, richtig schlimm! Luray, erzähl mal was! Wird ja langweilig gerade! So, Lugia, Genesum! Kann ich nämlich auch! Zieh mal an, ne? Hehehe! Siehste mal! Siehste mal! Siehste mal, wie das ist! Voll nervig, ne? Hehehe! Hehehe! So... Superball! Tadadadadadada! Ah, ja, nein! Nichts! Nichts! Da ist wieder der Windstoß! Ist, glaub ich, sein letzter Angriff! Es kann, glaub ich, jetzt nichts mehr! Wenn Windstoß weg ist, setzt es Verzweifler ein, dann hat er sich selbst besiegt! Dann müssen wir sowieso resetten! Magnet...